Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 8.3.2022. Und unser DAX hat zum Montag richtig große Augen gemacht. Der kam nämlich mit ordentlichem Knatter nach unten rein. Ein deutlicher Abwärtsgap. Wir hatten gestern darüber gesprochen in der Analyse, dass wir auf der Unterseite definitiv noch Risiko haben, wenn er sich hier nicht stabilisiert bekommt und auch gut und gern in diese US-Wahl-Gap-Zone reinstechen kann. Dass die bestimmt auch gut reagieren kann und aber bestimmt nicht über einen Wochenvorlauf hält. Das war so ein bisschen die Aussage von gestern gewesen. Was er mal gesehen hat, unten reingestochen, dann oben das Gap zugemacht. Ist dann wieder deutlicher zurückgekommen. Das hat auch eigentlich ganz gut zu dem gepasst, was wir in den Updates bei uns geschrieben haben heute. Und im Video hat sich dann doch wieder jemand eingefunden, der gemeint hat, dass die Analyse ja voll daneben gegangen ist. Also ich finde das immer Wahnsinn, weil letztendlich erzähle ich, muss man ja so sagen, auf beiden Seiten betrachte ich beide Varianten. Wie kann sich der DAX verhalten, wenn er bullisch läuft? Wie kann er sich verhalten, wenn er negativ läuft? Und wenn dann Leute nur das eine hören, dann weiß ich ganz genau, was die für Positionen drin haben. Dann wollen die nämlich nur das hören, was für ihre Position gut ist. Und das ist nicht gut. Neutralität ist wichtig. Das ist wie mit, wenn ich mich hinstelle und sage, also ich kann das nicht gutheißen, was Putin da macht. Das ist nicht gut. Und das wünscht man niemandem. Irgendwo Krieg. Also das ist das Schlimmste, was der Ukraine da passieren kann und dass man der auch gerne helfen darf und so weiter und so fort. Und zack, kriege ich direkt Kommentare, dass ich doch pro-russisch wäre und ein wie Ostblock-Impf-Schwurbler-Orang. Also meine Güte. Das ist schon ein bisschen hardcore. Es ging ja nur darum, dass man einfach nicht die Russen alle über einen Kamm schert und jetzt pauschal unterstellt, bloß bei jemand aus Russland kommt, dass er pro-Putin ist. Also ich glaube, ganz viele, die in Deutschland sind, finden das auch gar nicht toll. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch in Deutschland. Also da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Aber gut, mir ging es um die Neutralität einfach. Mir ist das wichtig, dass man, wer das im politischen Umfeld, im privaten Umfeld hinkriegt, der kriegt es auch an der Börse hin. Und das ist wichtig. Wir brauchen das. Nicht im privaten Umfeld. Wir brauchen es an der Börse, diese Neutralität. Wir müssen jeden Tag reingucken und uns darauf einstellen können, okay, wie verhält es sich auf der Oberseite und wie verhält es sich auf der Unterseite. Nur dann kann ich das nutzen. Mir bringt es nichts, wenn ich am Freitag long drinne sitze und der fällt dann runter und ich weiß, der fällt bis 12.500. Und ich weiß, er kann von 12.500 bis 12.90, 13.000 wieder ansteigen. Wenn ich weiß, der kann von 13.000 wieder runterfallen auf 12.700. Das ist so ein bisschen das, was wir auch am Update eigentlich jetzt über den Tag geschrieben haben. Das ist genau die Strecke. Und wie viele können es denn nicht nutzen, auch diese präzisen Analysen nicht nutzen, weil sie irgendwo hier drinnen sitzen, irgendwo mal long gehandelt haben, obwohl rote Kerzen da waren. Und eben auch nicht geschossen haben, sondern im Risiko minus einfach ausgesessen haben. Das ist scheiße. Das ist auch schade. Man verschenkt so viele Punkte und Gewinne. Dann sitzt man ewig drin und schießt das irgendwann auf Einstand. Hätte man einfach mal am Abend, wo das gekommen wäre oder wo man gemerkt hat, nee, die Position läuft hier überhaupt nicht an. Einfach zumacht. Und wenn es mit 500 Punkten ist, zumacht. Schließt. Das kriegt man doch hier unten. Dann hätte man sich gut und gerne ein paar hundert Punkte rausbeißen können. Also in dem Tag. Und das bleibt einem fern, wenn man eben nicht neutral ist. Man versucht einseitig immer nur, sich eine Richtung zu rechtfertigen, sich nicht öffnet und dann in irgendwelchen Positionen festhängt. Und es ist in der Regel dieses Festhängen in den Positionen, was dafür sorgt, dass wir eben nicht neutral sind. Das ist ganz oft so. Jemand, der long drinnen sitzt, der fragt mich nicht, ob ich hier short gehen kann unter dem Tief. Der fragt mich hier, bei der roten Kerze kann ich jetzt long gehen. Der fragt mich, bei der Kerze kann ich jetzt long gehen. Der fragt mich, bei der Kerze kann ich jetzt long gehen. Und irgendwann hört man von demjenigen nichts mehr. Und das muss man wirklich ein bisschen verinnerlichen. Dass man sich wirklich von diesem Verlust mit Geschleppe einfach löst. Weil das manipuliert uns ja noch weitergehend. Das nimmt uns so viele Ertragschancen heraus. Das ist einfach ein Schwer dafür, dass man dann irgendwann ja in Klammern, ich mache hier mit beiden Zeigefingern und Mittelfingern auf beiden Händen diese Anführungsstriche gerade, damit man recht behält. So nach dem Motto, ich wusste doch, dass der da wieder hochkommt. Das ist so typisch dann, dass die Leute dann da sitzen und sie mir sagen, ich wusste doch, dass der da wieder hochkommt. Dann machen sie mit 10, 20, 30 Punkten ihren Trade zu, aber haben sich das 500.000 Punkte im Minus angeguckt. Das ist so schade einfach. Das ist einfach unnötig. Weil das ist einfach eine gewisse Sturheit. Das ist ein falscher Stolz, den man in sich hat, wenn man ja diese Verluste nicht eingestehen will und das einfach nicht über die Reihe bringt, die wegzudrücken. Und das ist Käse. Da klatscht doch keiner in die Hände für. Da muss man sich immer ein bisschen bewusst machen, was man eigentlich macht. Und dass man ja versuchen will, professionell zu agieren und eben nicht hier klassischen Privatanleger spielt. Ja, also von daher nochmal die Botschaft. Versucht neutral, wie möglich zu sein. Also nicht im Hinblick auf frosische Mitbürger in Deutschland. Das fände ich, wäre mir auch wichtig. Oder ich fände es auch gut, wenn man nicht so in Kollektivverurteilungen reingeht, wie im Mittelalter. Das ist eine komische Entwicklung, die sich hier in Deutschland widerspiegelt. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Lasse ich auch hier bleiben. Da gewinne ich keine Blumentöfe mit. Aber Fakt ist, Neutralität im Markt ist unheimlich wichtig. So, und Neutralität bedeutet, wir müssen uns hier jetzt wirklich rüsten auf beiden Seiten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass hier jetzt Rückläufe kommen können. Weil wir haben echt deutlich Gegenbewegungen gesehen und auch so eine deutliche Gegenbewegung, wie wir in der ganzen Welle noch nicht gesehen haben. In der ganzen Bewegung, seit der Krieg ausgesprochen ist, noch nicht so ein Momentum gesehen haben. In der Zeit auf die Strecke. Also das waren jetzt gut fast 800 Punkte gewesen. Naja, es sind nicht ganz 800 Punkte gewesen. Aber es sind sogar noch weniger gewesen. Es sind ja 600 gewesen. 600, naja, knapp 700 Punkte sind es schon gewesen. Ja, knapp 700 Punkte sind es gewesen, die der Markt... Aber wir kriegen es auch ganz genau hin. Ich habe hier die Werkzeuge da. Wartet, kriegen wir ganz genau hin. Habe ich jetzt den? Ja, wir haben hier gesehen... Sag, 711 Punkte, 5,72% im Kursanstieg vom Tagestiefweg. Das ist schon jede Menge, ne? Also, auch wenn wir hier deutliche Anstiege drin hatten, aber die waren immer ein bisschen korrektiver gestaltet, die sind immer deutlicher zurückgekommen, ne? Das war ja direkt nach... Wartet mal, bringt das durcheinander? Ne, das ist der 23, genau. Das war direkt nach ukrainischen oder nach Einmarsch der russischen Truppen. Und von daher würde ich sagen, sollte man hier jetzt ein bisschen aufpassen, wenn es dem Darksitz gelingt, sich hier wieder hochzudrehen. Wenn es ihm nicht irgendwie hier wieder gelingt, hochzudrehen, kann es durchaus passieren, dass er sich hier mal so in dem Bereich, wo diese fallende Trendlinie hier ist, einfach nochmal hochkämpft, ja? Und hier ein bisschen zur Seite läuft. Wir hatten auch gestern hier über weitere Rücklaufziele gesprochen. Die sind natürlich auch noch aktiv. Alles, was der Markt dafür tun muss, ist jetzt einfach aufzudrehen. Dafür sollte man offen sein, unabhängig der Nachrichtenlage neutral sein. Gucken, wie bewegt sich der Markt? Ist er stark? Ist er schwach? Wie springt er nach oben an? Wie springt er nach unten an? Hier müssen wir sagen, die Amerikaner waren einfach brutal schwach, ne? Der Darks, der hat sich eigentlich sehr, sehr, sehr gut geschlagen. Dann sind die Amerikaner reingekommen und haben mega viel verkauft. Also mega schwach unterwegs gewesen. Und hier nochmal richtig, richtig, richtig was runtergezogen. Das wird ein interessanter Vormittag. Das wird ein interessanter Dienstag jetzt auch, wie das jetzt verarbeitet wird in Europa. Wenn die sich jetzt sagen, okay, steht jetzt höher als gestern. Ich bin gestern schon nicht reingekommen mit Kaufen. Dann nehme ich jetzt die Kurse nochmal. Dann kann es ihn durchaus wieder ein ganzes Stückchen nach oben ziehen. Aber das Risiko ist ja noch nicht weg. Wir haben noch immer auf der Ebene fallende Hochs und wir haben fallende Tiefs. Auch das ist letztendlich ein fallendes Hoch. Wenn er jetzt dann hier anfängt, noch tiefer zu stechen, dann geht er auch wieder eine ganze Etage runter. Und dann sind wir hier wirklich in Bereichen um 2,60 oder tiefer. Aber guck mal, da kommen schon gar keine Linien mehr bei mir. Weil das dann so dünn wird. Hier sind keine Linien. Da müsste ich erst neue Linien zeichnen. Das hat man damals, glaube ich, noch im Stundenchart. Wir sind dann später umgesprungen. Oder mir wurden Linien hier gelöscht, weil ich das so lange nicht mehr benutzt habe oder gemacht habe. Aber da müsste ich dann erst mal kurz nachziehen. Dann müssen wir uns neue Ziele ranholen. Im Tagesschart ist es eine sehr, sehr gute Unterstützungszone, die wir jetzt hier angelaufen haben. Die kann gut halten. Aber auch hier ist klar, wenn der Bereich nicht hält und der Markt hier deutlicher weghebt, auch unter 300, 12.200 fällt, dann ist hier noch bis 11.400 Platz. Also da ist schon noch ganz schön. Das ist dann die US-Wahl-Tiefkerze. Hier hatte einen Lockdown, alle short reingelockt. Also hier natürlich war vom Lockdown ein großartiges Thema. Im November 2020 war das so im Raum, dass man noch mal vor Weihnachten einen großen Lockdown macht in Deutschland. Und da sind alle wie wild, sind sie über Bord gesprungen. Und dann ist der Markt nach oben. Dann kam US-Wahl. Dann kam noch so eine Impfstoffkerze hinterher. Und zack, ging das hier wirklich ein ganzes, ganzes Stück ganz schön schnell nach oben und hat sich dann gut durchgezogen. Und das Tief hier wäre dann eben durchaus ein Ziel, wenn er sich hier in dem Bereich jetzt nicht stabilisiert bekommt. Das sollte man noch ein bisschen mit im Blick behalten. Ansonsten ist das eine super Zone, die wir jetzt hier angelaufen haben. Hier ist ja auch dieses große Gap, dieses US-Wahl-Gap. Das ist jetzt geschlossen. Auch das Gap nach hier oben ist geschlossen. Und wie gesagt, ist eine gute Chance. Muss ich halt noch aufdrehen. Kommen aber neue Tiefs. Risiko bleibt. Abwärtstrend ist noch aktiv. Tiefere Hochs. Tiefere Tiefs haben wir. Der kann hier noch volle Möhre durchladen und auch noch gute Strecke machen. Das sollte man nicht unterschätzen und denken, dass das hier schon gewesen sein muss. Also da ist schon noch einiges an Fantasie zu holen und im weitesten sogar bis 11.400 runterhalten. Also das ist schon auch noch gut Potenzial. Weil man jetzt auch viele Trainer hat, die so gesagt hat, naja, Short hier, das passt ja von meinem CAV nicht mehr. Also wenn ich dann so einen Rücklauf habe und ich sehe, der dreht deutlicher ab, dann kann man durchaus dort auch nochmal Shorts ansetzen, Stop-Loss über die Hochs werfen und auf ein neues Tief zielen. Wenn man ein tieferes Hoch shortet, kann man auf ein tieferes Tief zielen. Und sollte man auch, wir haben ja viele bei uns im Chat so gehabt, die sich so mit 50, 60, 70 Punkten zufrieden gegeben haben, das wird der Situation aktuell nicht gerecht. Das ist zu wenig. Da muss man sich auch ein bisschen an die Bewegung dann anpassen, auch wenn man sonst vielleicht immer nur 50 Punkte handelt. Aber wenn ein Markt tiefere Hochs und tiefere Tiefs macht und ich shorte ein tieferes Hoch, dann sollte man auch auf ein tieferes Tief ziehen. Aber das ist eher mehr Seminar, Trading, Setup und so weiter und so fort. Das gehört gar nicht in die Analyse. Ist mir bloß aufgefallen, deswegen wollte ich es mal mit ansprechen, weil ich nicht weiß, ob diejenigen im Chat das alle gehört und gelesen haben, was ich da geschrieben hatte. Gut, Punkt. Machen wir zu. Kommen neue Tiefs. 2,60 Platz. Und tiefer. Und tiefer. Und wenn es sich stabilisiert bekommt, nochmal aufdreht, nochmal gut in die Zone rein hier. 12.950, 12.800 sind hier wichtig. Und wenn da richtig gut drauf ist, halt so hier in dem Bereich 200, was ist das? 200, 315, ne? 200, 300 hier, das wäre eigentlich eine schöne Zone. Erstmal für den Dienstag. Mehr wird wahrscheinlich schon eher schwierig werden. Gut, dann würde ich jetzt sagen, machen wir hier zu und wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen am Dienstag. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.